Ich würde nie im Leben mit einem Nässe so'n Ding angreifen. Ich hab' mit meinem Namen in die Bude in den... So'n Pickzomb. Ich greife da direkt so'n Pickzomb. Ich greife da direkt so'n Pickzomb. Wo ist der Dung? Wo ist der Dung? Wo ist der Dung? Wo ist der Dung? Ah, cool. Hier ist hier. Hier, also hier. Nee, hier ist niemand. Autsch. Wie komm ich noch mal mit zu mir? Oh, Alter. Ich hab' gewonnen. Ich kann nicht nur mit dem Bogen angreifen. Guck mal an. Ich hab' mal zu sieben. 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 Ich hab' die Dungleine. Ah ja, ich muss denn auch'n paar Öfen haben. Hier die Schienen. Stein, 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 Stein. Wir können mit Schienen immer zu dem anderem Baumust bauen. Ich brauche die Steine, ich brauche alles jetzt. Brun brauche ich vorerst auch nicht. Man sieht, dass der Tumor an meiner Kiste war, weil Lock bei Essen drin ist. Ich brauche noch 2 Öfen. Ich brauche noch 2 Öfen. Ich brauche noch 2 Öfen. Ich brauche noch zu viel Eisen jetzt. fast 1,5 stack Eisen aber hab ich hier auch noch so viel Kohle? 27 Goldbahnen, Hobi aber hab ich hier auch noch so viel Kohle? 9 Slime-Boards ich muss jetzt 1 stack Kohle auf ich muss jetzt 1 stack Kohle auf 5 Öfen oder so aufteilen 1,2 1,2,3 jetzt hab ich 1,2,3 4,5 passt doch und wie viele Öfen hast du? ok und wie viele Öfen hast du? und auf der anderen Seite noch 3 Öfen komm mal nicht hier ja hab ich 2 Öfen dann hab ich auf der anderen Seite noch 3 Öfen und noch 2 Öfen in der Hand und da und da ich werde jetzt die Form und dann nehme ich an meinem Baumhaus weil der Baum und was mit Näsern? ja das einmal und es und was mit Näsern? ich hab noch ich hab noch ich hab noch jetzt hätte ich gesagt gehen wir schlafen und dann gehen wir das Baum runter aber das geht auch nicht einer hat sein Bett noch nicht unser dritte Person hat kein Bett ne unser dritte Person hat kein Bett und keiner weiß wo stimmt stimmt das weiß ja niemand aber ich habe auch ich bin nicht in meiner Nähe und auch nicht bei Manuel in der Nähe da hinten habe ich noch einen schönen Baum für dich ich sehe unsere Farben von hier und ich sehe ein paar Sachen sehe ich schon gewachsen 2 Millionen 2 Millionen 2 Millionen oder 2 Kürbissein zum Wein 2 Millionen oder 2 Kürbissein zum Wein 3 und siehst du das hast du eine große Ding ich bin 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 und mach Zäune draus ich hab kein Holz mehr oder nee ich hab noch 6 Hol aber ja so nix wir bohren keine Zäune mehr wir brauchen ne wir bohren keine Zäune mehr wir brauchen ne und dann tue ich nur Laub oben drauf ach bald hier oben drauf das würde bisschen Laub in mein Ding zu denn ich baue mir auch mal nach oben ich muss leider wieder Holz besorgen mhm ich auch ich muss leider wieder Holz besorgen ich bin von mir oben auf den Daumen drauf ich bin von mir oben auf den Daumen drauf oh ne ich bin in den Wolken schon dran die Wolken aus oh ne ich bin in den Wolken schon dran ja nun aus ich hab sie zwar an aber durch Optifine habe ich sie aus jetzt hab ich sie jetzt hab ich sie jetzt hab ich sie ich bin in den Wolken oder vier oder vier ich bin mir die erste Nühe ich bau das nur nix ich brauche noch mal holen hoffs find ich auch das Falsche Ich bin dir scheißegal welches Holz du benutzt, oder was? Ich bin dir scheißegal welches Holz du benutzt, oder was? Ist dir scheißegal welches Holz du benutzt? Welches Holz du benutzt? Ja, das Baumhaus. Welches Holz du benutzt? Oh, shit. Der Schere muss noch aufpassen, da haben wir so leicht Holz weg. Wie viel Eisen ich jetzt schon hab? Wie viel Eisen ich jetzt schon hab? 12 Gold. 12 Gold. Ich nehm den Knochen mit, weil... Und dann dauert doch nacht. Ewigkeiten. Ey, dann dauert doch nacht. Ich hab auch keine Uhr. Ich hab auch keine Uhr, die Uhr zerbauen. Oh, Pfie! Ich hab auch keine Uhr. Ich habe auch keine Scheriaعدen, aber ich weiß nicht noch. Ich hab auch keine Hüge aus dem raus. Ich hab auch keine Schnauze von Haare gemacht. Ich hab das so schnell und es war nicht mehr. Ich hab die Schrei. Ich hab die Säuze von Haare gemacht. Wo ich hasse die Nacht? Wo ich hasse die Nacht? Regnetze die Nacht. Wöchung Möchung Die sind die Bank. Die Schrauben ich bin hier wo ist hier irgendwo am Anfang über eines Baumes wo bist du wo bist du wo bist du Aua Aua doch nicht ich geh zu fahren ich auch nicht ich geh zu fahren ich könnte mir ein paar Eisen geben ich könnte mir ein paar Eisen geben mit dem ich in mir hier aus Baume kommen besorg dir erstmal Holz komm ich hinter das durch die Eisen besorg dir einfach Holz hol dir Holz bau dir einen Baum aus hol dir Holz bau dir einen Baum aus ich brauche mit mir Eisen ich brauche mit mir Eisen um Holz zurück Holz kannst du ja in der Hand behauen ja komm ich dachte was du für andere wie viel Holz äh Alter ich soll nicht mehr auszuhalten geizig spannend ich glaub nächstes Mal und nächstes Mal besorgen wir uns irgendwo private Kisten die niemand kennt aus bei dir nicht ja ich glaube aus dem schwarzen bei dir nicht ich glaube ja auch bei dir nicht bei dir nicht bei dir muss man Angst haben wenn man einmal in die Kiste gut das nichts mehr drin ist bei dir muss man Angst haben wenn man einmal in die Kiste gut das nix mit drin ist jetzt habe ich noch er hat mir lohnt sagt aber kein Platz mehr das Volk wenn ich bei welchen Eisen bist du nicht jetzt aber es gibt so nicht und ich komme zu um